Trumpf kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2015-16 zurückblicken, auch wenn man an die internationalen Herausforderungen denkt. Sie alle haben mit ihrem großen Einsatz dazu beigetragen, wofür ich Ihnen von Herzen danken möchte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien fröhliche Weihnachten und ein gesundes Jahr 2017.